Ich finde es gerade heutzutage wichtig, Gutes zu tun, weil so viele auf sich fixiert sind und vergessen, dass wir zusammen in der Gemeinschaft leben. Und diese Stimmung ist auch ganz wesentlich geprägt davon, dass man versuchen sollte, auf die anderen ein bisschen zu achten. Und das hängt auch damit zusammen, ob man Gutes tut, ob man sagt, ich schenke dir das jetzt einfach mal. Ich schenke dir die Aufmerksamkeit, ich schenke dir ein bisschen meiner Gedanken zur Problemlösung oder ich kümmere mich um eine Sache, weil ich sehe, du kommst alleine damit nicht zurecht. Ganz wertvoll als Kit unserer Gesellschaft.